Mein Name ist Roland Thüringer. Ich war zu Gast heute im Kulturpanorama in Garsten. Nicht zum ersten Mal, muss ich gestehen, schon sehr oft. Da hast du noch gar nicht im Kulturpanorama Garsten, glaube ich. Wird das früher gar nicht? Ist egal, wir wissen es nicht. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Und ich bin auch nicht zum letzten Mal hier. Am 25. März bin ich wieder da. Also eigentlich Stammgast sozusagen. Viel Glück für die Zukunft, auch wenn es keine gibt. Ihr Roland Thüringer. Also ich meine jetzt nicht, dass es keine Zukunft ist. Es gibt schon eine Zukunft. Doch jetzt ist sie nicht da. Jetzt ist sie nur da. Wenn wir dort sind, ist wieder die Gegenwart. Das ist kompliziert, aber das Leben ist ja der Laufel.